Die weiße Wand. Die Wand ist weiß. Eine große weiße Wand in einer Küche. Der Kühlschrank brummt leise vor sich hin, sonst ist es ruhig in der Küche, wie immer nachts. Nur das Licht einer kleinen Lampe erhält den Raum. Ein Marmeladenglas fliegt in Zeitlumpe auf die Wand zu, zerbricht. Die rote Marmelade verteilt sich sternförmig auf der Wand. Die Scherben fliegen durch die Luft und verteilen sich auf dem Küchenboden. Dann kommt der Ton. Ein lauter, tief, langgezogener, scheppernder Ton. Danach ist es wieder ruhig. Er schreit. Ja, nicht nur das. Er stapft wild und tobt. Dinge kaputt machen. Viele Dinge kaputt machen. Laut sein, schreien, so laut es geht. Er stürmt durch die Küche und reißt die Schränke auf. Schmeißt die darin befindlichen Teller und Tassen durch die Küche oder auf den Boden. Alles fliegt wild durch den Raum. Es kracht, geht kaputt und ist laut. Sehr laut. Und es tut gut, laut zu sein. Je lauter es außen scheppert, desto lauter wird es in ihm. Dann sieht man wieder den rinnenden, roten Fleck auf der Wand. Plötzlich fliegt eine Packung Mehl durch die Luft und platzt an der Wand. Weißer Staub erfüllt den Raum und etwas davon bleibt an der Wand und auf der Marmelade kleben. Die rote Marmelade ist jetzt mit weißem Mehl übersät. Es ist nicht das erste Mal, dass er diesen Traum träumt. Jedes Mal erwacht er freudig. Es gefällt ihm. Das Chaos, das Schreien, die Scherben. Endlich all seinen Gefühlen freien Raum lassen. Sonst gelingt ihm das nicht. Denn er weiß, er sollte es nicht. Ein Teddybär schreit nicht. Ein Teddybär macht nichts kaputt. Ein Teddybär kuschelt. Ein Teddybär ist weich und lieb. Er darf nichts zerstören, aber er will. Was heißt er will? Er tut es. Er traut sich endlich es zu tun. Auch wenn es nur in seinen Träumen ist. Zuerst. Er hat das Lieb und Stillsein satt. Er ist wütend und er will wütend sein dürfen. Er will nicht mehr richtig ruhig bleiben. Die Wut ist groß. Wie ein riesiger Ballon, der kurz vor dem Platzen ist. Alles in ihm wehrt sich gegen das Liebe, Nette, Weiche. Irgendwann ist es genug. Und jetzt? Jetzt ist es mehr als genug. Wie viele Nächte hat er dafür gesorgt, dass jemand anders ruhig einschläft? Wie viele Nächte lag er wach? Denn er konnte nicht mehr einschlafen. Und da war auch niemand, dem er erzählen konnte, was ihm alles durch den Kopf ging. Auf dem Herzen lag oder in seinem Bauch rumorte. Diese Geschichte fängt an, als es keine Marmeladengläser, keine Taschen und Teller, keine Mehlpackungen mehr gibt. Alles klebte entweder an der Wand oder lag in Scherben am Boden. Diese Geschichte fängt an, da würden einige sagen, es ist zu spät. Aber in Wirklichkeit ist es nicht zu spät. Es ist sehr selten zu spät. In Wirklichkeit ist immer jetzt. Und jetzt ist der geeignete Zeitpunkt. Dieser Moment. Und jede Geschichte fängt im Jetzt an. Findet jetzt statt und hört jetzt auf. Diese Geschichte wird jetzt gelesen, auch wenn sie vielleicht vor Jahren oder in ein paar Monaten stattgefunden hat, wo sie sich erst in weiter Zukunft ereignen wird. Marmelade, Mehl und Zeit. Die Zutaten einer guten Geschichte. Die Zutaten einer guten Geschichte. Vielen Dank.